Hallo, wir sind vom Kunst-Additum der 11. Klasse des Schülengamnasiums und wir malen heute weiter an dem Bühnenbild für das Musical und zwar an der Straße. Und der erste Teil wurde schon gemacht von georgischen Kunststudenten, denen wir helfen dürfen. Und wir sind ganz gespannt drauf, wie es am Ende aussieht und wie ihr es dann findet. Das ist der Teil der Straße, der schon fertig ist. Und wie ihr seht, ist der sehr, sehr gut geworden. Hängt auch die Skizze. Und hier drüben hängen die Skizzen, die wir als Additum gemacht haben. Und hier ist unser Additumslehrer, der Herr Rist. Nicht so wackeln, Leute. Sorry. Sorry. Ich glaube, dass wir das nicht so machen, weil wir jetzt nicht so wackeln. Und hier haben wir einen schönen Tag. Mal was, mir die vorwachen, rasa ich nicht. Oh, wir stehen da. Nein! Die Lotto-Magäuren müssen tauschen. Oh, was heißt das? Ja, das ist alles. Ja, das ist alles.